Die 5 besten X-Shotgun-Sniper-Produkte im Jahr, Inserte UN Anjo Ich bin begeistert von der elektrischen Spielzeugpistole Gun Sniper. Mit drei verschiedenen Modus und einem automatischen Toy Foam Blaster ist das Spielen einfach unglaublich aufregend. Der mitgelieferte Scope hilft mir, meine Ziele besser zu treffen, während ich die beiden Magazine mit insgesamt 100 Darts ausnutzen kann. Als elektrisches Spielzeug-Scharfschützen-Gewehr ist es perfekt für Kinder ab 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, um draußen zu spielen. Ich empfehle dieses Schaumstoff-Blaster jedem, der nach einem unterhaltsamen und actiongeladenen Spielzeug sucht. Ich habe den Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD8 Blaster gekauft und bin absolut begeistert. Der Blaster ist einfach zu bedienen und sehr präzise beim Schießen von Schaumstoff-Darts. Ich liebe das abnehmbare Fernrohr und den abnehmbaren Lauf, da man den Blaster je nach Bedarf personalisieren kann. Mit der Trommel für 8 Darts und den zusätzlichen 16 Darts bist du bereit für stundenlanges Spielen. Der Blaster ist robust gebaut und sieht cool aus. Ich empfehle den Nerf Elite 2.0 Eagle Point RD8 Blaster jedem, der gerne im Freien spielt und eine Herausforderung sucht. Als begeisterter Spieler von Schaumstoff-Blaster-Spielen war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Der X-Shot Axel Regenerator Schaumstoff-Dart Blaster erfüllte alle Erwartungen und mehr. Mit über 1000 Kombinationsmöglichkeiten und 48 Darts liefert dieser Blaster tagelangen Spielspaß. Der Blaster ist leicht und einfach zu handhaben. Die Dart-Aufbewahrung am Griff sorgt dafür, dass ich immer eine Reserve habe. Die Reichweite und Präzision des Blasters lassen keine Wünsche offen. Ich bin vollkommen zufrieden und kann dieses Produkt jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen und unterhaltsamen Schaumstoff-Blaster sucht. Ich habe gerade die AGD-LLY-Spielzeugpistole in Gold erhalten und bin sehr zufrieden damit. Die Pistole hat einen Schalldämpfer und sieht sehr realistisch aus. Mit den 40 enthaltenen Darts kann ich stundenlang spielen und sicherheitsbewusst trainieren. Die Blaster- und Schaumstoff-Spielzeug-Kategorie ist eine tolle Möglichkeit, um die Hand-Augen-Koordination und die Reaktionszeit zu verbessern. Ich empfehle diese Pistole jedem, der auf der Suche nach einem hochwertigen Spielzeug ist. Ich habe den NERV Ultra Speed vollmotorisierten Blaster ausprobiert und ich bin begeistert. Das Design ist super und die 24 AccuStrike Ultra Darts sorgen für maximale Präzision. Der Blaster ist nur mit NERV Ultra Darts kompatibel, aber das ist kein Problem, da sie in der Packung enthalten sind. Mit einer Größe von 8,1 x 66 x 28,6 cm ist der Blaster leicht zu handhaben und perfekt für Action im Freien geeignet. Ich kann das Spielzeug jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem Spaß- und Actionspielzeug ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.